Wunderschönen guten Morgen ihr Lieben. Ein wunderherrliches Wetter, es regnet, windströmen. Ich bin auf dem Weg nach Luzern, das ist in der Mitte der Schweiz. Und ich bin schon seit 4 Uhr wach, habe da gearbeitet bis um 5.30 Uhr. Dann habe ich begonnen mein Mittagessen zuzubereiten. Weil wir haben keine Zeit Mittagspause zu machen. Also nehme ich alles mit. Und ausgerechnet heute hat unsere Tochter, die Anna, auch noch einen Ausflug in die Bellizoner Burgen. Das heisst, Mittagessen auch noch für sie vorbereiten. Dann Merenda für die Kinder. Die Küche hat gebrutzelt. Ich habe heisse Toasts und Omelettes gemacht, zum mitnehmen und gute Salate. Ja, und jetzt geht es bei Regen nach Luzern. Und mein Auto... Mein Auto... Ja, mein Auto. Ich liebe ja mein Auto über alles. Aber es ist nicht mehr ganz dicht. Das heisst, wenn ich eine halbe Stunde im Wasser, also im Regen fahre, dann habe ich da Wasser in den Füssen, bei den Füssen. Da muss ich immer während dem Autofahren die Türe öffnen, damit das Wasser rausfliessen kann. Also ein richtiger Bildbach. Da geht das Wasser immer, schmuckt es da nach links und nach rechts. Und nicht, dass du jetzt denkst, ich habe kein Geld. Ich könnte mir schon ein... Aber wie gesagt, ich liebe mein Auto. Wenn ich was liebe, dann gebe ich das nicht her. Und ich kann dieses Auto nicht mehr neu kaufen. Das gibt es nicht mehr. Und eine Alternative habe ich keine gefunden. Obwohl ich schon seit zwei Jahren am Suchen bin. So bin ich gespannt, wie ich heute mit nassen Füssen bei dieser Farbe- und Stilberaterin ankommen werde. Wird ja lustig. Ich hoffe ich schaffe es. Jetzt ist es 8 Uhr gewesen. Ich bin um viertel vor 8 Uhr abgefahren. Muss um halb 11 Uhr. Hallo, ich wollte dir eigentlich den Gotthard zeigen. Aber ich sehe selber fast nichts. Besseres Wetter wäre nicht schlecht. Vielleicht später. Schon ein bisschen besser. Es ist grün. Es ist so schön hier oben in den Bergen. Die Schweizer Berge sind schon schön. Noch was anderes. Denk dran, keine Schulden machen. Heute habe ich ausgemacht, wie wichtig das ist. Ich sehe blau. Ja, das Wetter ändert. Es wird wärmer. Der Regen hat aufgehört. Und ich sehe blau, blau, blau. Richtung Luzern. Luzern angekommen. Schönes Wetter. Seit zwei Stunden sind wir hier dran. Ihr seht, wo ich mich befinde. Es hat viele Farben. Es ist wunderbar. Ich bin bei der Beatrice Barden. Seht ihr? Es ist wundervoll. Da gibt es so viele Dinge. Und jetzt gibt es Mittagsparten. So, mein Mittagessen. Ein feiner mexikanisches Abad mit Blumenkohl, Kaffee und Oliven. Ich bin bei der Beatrice Barden.